Hallo YouTube, heute möchte ich euch einmal die intelligente Übersetzung von Teams vorstellen. Das Ganze funktioniert aktuell nur für das Smartphone, deswegen seht ihr jetzt auf der rechten Seite mein Smartphone mit meinem richtigen Account und links unseren Test-Account, den Max und das Ganze testen wir einmal durch. Ich habe im Hintergrund auch schon etwas kopiert, das fügen wir jetzt einmal hier ein. Das ist ein Songtext, komplett auf Englisch. Senden wir ab. Wir sehen auf dem Smartphone, Max hat da entsprechend eine Nachricht bekommen. Wir gehen drauf und wir sehen, die Nachricht ist auf Deutsch. Eben in der Übersicht war das Ganze noch auf Englisch, jetzt ist es auf Deutsch. Das ist die intelligente Übersetzung. Wir springen einmal wieder zurück. Wir sehen dann auch wieder in der Übersicht, wir haben dort einen englischen Text. Wie können wir das Ganze jetzt aktivieren bzw. deaktivieren? Ich gehe oben links auf mein Profil. Danach gehen wir auf die Einstellung und die dritte Option ist Übersetzung. Wenn ich dort draufklicke, sehen wir dann auch schon alle Nachrichten automatisch übersetzen. Ja, nein. Das Ganze kann ich auf nie übersetzen stellen oder im Vorfeld nachfragen. Stellen wir das Ganze mal um auf im Vorfeld nachfragen. Spring einmal wieder zurück durch die Menüs. Öffnen nochmal den Chat mit Max. Werden das Ganze nochmal durchführen. Ich kopiere den selben Text wieder hinein. Sende ihn ab. Und wir sehen, der Text ist hier auf der rechten Seite wieder komplett auf Englisch. Wenn ich hier durchscroll, alles ist komplett auf Englisch. Unten haben wir jetzt den Punkt Übersetzen. Wenn ich da draufgehe, fragt er mich auch, möchte ich das automatisch übersetzen? Nein, möchte ich nicht. Und der Text ist wieder auf Deutsch. Und wenn wir wieder zurück ins Profil springen, Einstellungen übersetzen, können wir das Ganze wieder auf alle Nachrichten übersetzen stellen. Wenn wir möchten, dass das durchgeführt wird. Und dann könnt ihr auch wieder hier immer permanent in eurer nativen Sprache sprechen. Bei dem anderen wird das dann eventuell übersetzt. Oder andersrum, wenn ihr ausländische Texte bekommt, wird das in eure native Sprache übersetzt. Macht die Zusammenarbeit auch wieder für den einen oder anderen deutlich einfacher. Und hier habt ihr jetzt den kleinen Guide, wie ihr das Ganze einstellen und nutzen könnt. Oder andersrum, wenn ihr ausländische Texte bekommt, wie ihr das Ganze einstellen könnt.